Bei der Choreografie-Werkstatt verfolgen wir den Ansatz, den Gruppen aus den unterschiedlichen Bereichen Akrobatik, Turnen, Tanz, Reatschläge zu geben, wie sie ihre Choreografien verbessern können. In der Regel ist es so, dass wir praktisch nicht wissen, welche Choreografie kommt. Das heißt, du guckst dir einmal das Gesamtkonzept an, guckst, wie die Gruppe das Ganze hier vorträgt und dann beginnst du eigentlich auch wirklich am Anfang. Also probierst in der Regel irgendwie die Einleitung ein bisschen zu stabilisieren und guckst dann halt, wo dran du schrauben kannst. Also zum einen denke ich, dass sowohl für das Publikum als für die Gruppen eine Idee vorhanden ist, wie man arbeiten kann oder sie eine Motivation bekommen, um anschließend bei den Fortbildungen des DTB mitzumachen. Wir haben also Choreografie-Wochenenden oder auch eine komplette Ausbildung in Choreografie.